So, dann fahren wir mit dem GTR mal gleich auf Start mal drücken. Ganz hinten. Ja, ganz hinten bist du. Ja, ich schaue mal das Let's Play. Ein Moment. Ich bin ganz hinten. Der SLS für den Wagen. Fahr nicht hinter mir. Du sollst nicht hinter mir fahren, du Arsch. Rechts ist ganz. Das war klar. Hier ist schon wieder gekrängelt. Ja. Halt. Boah. Der hat mich berührt. So, jetzt roll ich da völlig von hinten auf. Weil diese Freunde. Sind da schon? Acht Plätze, gut gemacht. Werden wir sehen. Ah, da ist er bisher. Ich muss sagen. Arsch, unser Schatz. Noch mehr warten. Jetzt kann ich da rein kommen. Das ist nicht. Oh, hier hat's einen abgeschossen. Oh, hier hat's einen abgeschossen. Bei einer Mera ist sowieso ein Arschloch. Ich bin auch in die Karel gefahren. Das war das Fronche-Foul. Ich bin ja auch in die Karel gefahren. So, ich bin ja auch in die Karel gefahren. So, jetzt sind wir schon am 10. Platz. Hier läuft. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Laufst du noch ein bisschen fair ab hier? Ja, hier vorne läuft super aber so Hier ist auch Ganze vorbei Kreisrecht Spaß Upp, 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 Upp Hey Stopp Hey Nein Das war aber sehr schwer Fölfter Das ist klar Mit dem würde ich einfach abziehen Ja Aber das Fahrt muss sein Das ist einfach wieder Ja 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 Nein Ja 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 Jawoll Alter, helft der Platz, mein Lieben Freunde, geiles Rennen, es sollte eigentlich Spaß machen, es macht Spaß. Ah, der ist ungefähr gleich schnell, ich muss sagen, die an mir, die war auf jeden Fall gut, die Kurve durch. Doe einmal noch helft er? Das war klar, dass die Kurvrahmen hier vorbei sind, wenn man den Wart mehr herrscht, ein bisschen schneller. Die überflüte mir eher das Rennen hier mit dem Volk. Ja! Ja! Oh, oh, oh. Ja, ich kann mich ein bisschen absetzen, denn hier ist ein Fortmuster in meinen kleinen Freunden. Ja, das ist voll gut, das geht gut, aber wir haben ja ein Mittelfeld, das ist meins, was wir sehen. Ein Tank ist gelb. Ah, wir werden wohl nicht mehr in die Punkte kommen, eigentlich. Ein Tank ist gelb. Das war's. 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 Das war's.